Ja, hallo, hier ist Gustav Schmeier, Pädagorin bzw. Bootsch, Lundpsychologe und wir haben, ja, denke ich, ein krasses Thema hier heute mal. Kann aus einer toxischen Beziehung eine normale werden. Ich lese die E-Mail einfach mal vor. Ich könnte auch solche Fragen schicken über ein Formel auf libysche.de. Also, hallo, sehr kurz und verfolge ich die Videos und Ratschläge auf YouTube und sie haben mir sehr weiter geholfen, da ich gerade aus einer toxischen Beziehung raus bin. Beim Aufarbeiten meiner Beziehung ist schnell klar geworden, dass ich weder er noch ich unschuldig sind, ganz im Gegenteil. Wir haben beide ein großes Päckchen mit in die Beziehung gebracht. Ich Borderline, Stimme Kindheit, Jugend und eher Depression und Spielsucht. Da sage ich natürlich mal alles vorab, sage ich natürlich ganz klar, das sind alles Behandlungsbedürftige, Würdige, vielleicht macht ihr das ja auch, Störungen, womit man natürlich, ja, Psychotherapie oder welcher Form jetzt auch immer gehen sollte und sich da Hilfe suchen sollte. Ich sage ja immer nur über Beziehungsdynamiken, hier, das werde ich auch hier machen und natürlich, wenn man, ja, klare, psychische, benennbare, diagnostizierbare Themen hat, macht das natürlich in vielen Fällen auch Beziehungsschwerer und deswegen ist man gut beraten, diese Sachen dann auch an geeigneten Stellen aufzuarbeiten und das verbessert auch die Beziehungsfähigkeit, ne? Ja. Okay, aber wir fokussieren uns zwar wieder auf den Beziehungsanteil hier. Wir haben uns als Mitbewohner kennengelernt und waren, bevor wir zusammengekommen sind, ein Jahr sehr gut befreundet. Er war Schicks für mich da und ein guter Freund. Generell haben wir uns einfach mega gut verstanden und er hat sich schnell in mich verliebt. Als dann die dritte Corona-Welle kam, war, kam es dazu, dass wir uns näher gekommen sind, uns vertrauter wurden. Nach einem Monat haben wir uns dafür entschieden, die WG einzuweinen, was mich sehr verunsicherte. Ah, ich vermute mal, es geht hier um Indoor-Olympics. Okay. Grundsätzlich passte er also gar nicht in mein Beuteschema. Er hat mir gegenüber viel Respekt gebracht und war sehr aufmerksam. Kein typischer Player oder Arsch, was er in meinem Schema entsprach. Okay. Zudem hatte ich große Sorgen, was ich, äh, was Freunde sagen würden. Ich war sehr beziehungsängstlich, während er alles versuchte, mich glücklich zu machen. Schnell sabotierte ich die Beziehung. Ein ungesunder Kreislauf schließe ich bei uns ein. Durch das nur daheim herumsitzen im Homeoffice war leider schnell die Luft raus. Ähm, als dann alles wieder langsam losging und er wieder mehr unterwegs war, äh, fühlte es sich für mich wie Liebesentzug an. Er beachtete mich teilweise nicht mehr und auch die Sucht und seine Depression wurden zur Problematik, sodass ich auch in meine alten Verhaltensmuster fiel. Ja, das ist was genau, was ich immer sage in, also wie toxisch jetzt diese Beziehung war, das könnt nur ihr wissen. Ähm, aber, äh, wenn sie das Schlechte aus einem rausholt, bzw. die alten Muster wieder rausholt, weiß ich nicht, was daran gut sein soll. So eine Erf fällt in seine Muster, du fällst in seine Muster. Und das heißt für mich, dass ihr euch anträgert und dass es, ja, vielleicht nicht so die beste Verbindung ist. Aber das ist nur meine Meinung, ne? Und, äh, eins kann ich auf jeden Fall sagen, also, ich kriege ganz viele Mails von Menschen, die, wenn es jemand zusammen sind, der Spielsucht hat, das ist wie eine dritte Person in einer Beziehung. Also, das ist sowieso bei Süchten, aber Spielsucht ist ja eine ganz extreme Sucht. Und, ähm, ich weiß nicht, wie man jemand, der wirklich aktiv süchtig ist, äh, im hohen Ausmaß, wie man mit dem stabile Beziehung führen kann, äh, ohne dass es toxisch ist, weiß ich nicht. Äh, das ist, glaube ich, sehr schwer und ich weiß nicht, ob man sich das antun sollte und ob man nicht besser sagt, du, äh, arbeite du erst mal an deinen Themen und wenn du wieder zurückfällst in Themen, die du vielleicht schon hinter dir gelassen hast, was will dir das sagen? Frag ich dich, ne? Äh, so, er entfernte sich immer mehr, verständlicherweise, und ich wurde immer bedürftiger. Dann hatte ich noch Probleme mit meinem Vater. Äh, wir haben uns beide öfter versucht zu befreien ohne Erfolg. Äh, Ende 21 war ich dann zur Krisendefension weg und konnte viel aufarbeiten. Der Kontakt neutralisierte sich. Ja, die werden ja auch was dazu gesagt haben, nehme ich mal an, ne? Äh, dann kam ein endgültiges Aus von mir. Ein paar Wochen später meldte er sich zurück. Es kam zu einem, äh, Treffen war zu dem Zeitpunkt wieder sehr depressiv und so blieb ich emotional auf Abstand. Ja, ich denke, ihr triggert euch da beide megamäßig an. Äh, vielleicht gibt's da keinen klaren Plus- oder Minuspol. Kann gut sein, aber weiß ich nicht. Hört sich das an wie eine gesunde Beziehung? Ich weiß es nicht. Äh, wir hatten dieselbe Sicht auf die Dinge, haben erkannt, was der andere jeweils getan hat und wie er uns verletzt hat. Uns beiden tat es sehr leid. Seitdem haben wir wieder Kontakt, telefonieren ab und zu und reden, ob, ob es eine Möglichkeit geben wird, dass wir wieder zueinander finden. Vorausgesetzt, wir versuchen nicht mehr einander zu retten und können uns wieder in einem anderen Bild sehen. Grundsätzlich mögen wir uns für die Werte und Eigenschaften, die der andere mitbringen. Es kam zu vielen Verletzungen zwischen uns und dennoch ist uns bewusst, wie hart und schwierig die Zeit war, in der wir unsere Beziehung hatten. Nun zu meiner Frage, wenn wir beide dazu bereit sind zu arbeiten, an den eigenen Verhaltensmustern zu arbeiten, kann aus einer toxischen Beziehung wieder eine normale Beziehung werden. Ja, also was ich glaube, was nicht zu retten ist, sind liebessüchtige Beziehungen. Das geht hier aus der Mail nicht hervor. Also wenn man wirklich so ein liebessüchtige Muster hat zu einem Menschen oder das in einer Beziehung entsteht, halte ich persönlich diese Beziehung nicht für zu retten. Natürlich kann man sie ewig weiterführen, aber aufgrund dieses suchtartigen Charakters reißen die dann immer weiter in die Tiefe, was natürlich, trotzdem kann man natürlich die lange führen unter Umständen. Geht hier für mich nicht klar aus hervor, dass es hier liebessüchtig war, aber das müsst ihr vielleicht nochmal gucken. Aber also wenn zwei Menschen sehr instabil sind, ist das keine gute Idee, das sagt auch die Wissenschaft. Das ist wirklich wichtig, wer, ich glaube für jeden von euch, wenn ihr einen Partner habt, der ein eher sicheres Bindungsmuster habt und ihr könnt euch dann auch sichern mit diesem Partner. Eure Beziehung führt scheinbar dazu, dass ihr immer unsicherer werdet und das ist eigentlich nicht gut, schon ein bisschen toxisch. Aber was ich jetzt verstehe ist, dass was häufig eine toxische Beziehung ist, da schreibst du jetzt nichts von, dieses Lügen, Manipulieren, Worte und Tate stimmen nicht überein. Das ist jetzt hier nicht so, deswegen ja, keine Ahnung. So, Aichi, noch ein paar mehr Sachen. Genau. Ach, zu einer Zeit, wann ihr getrennt wart. Ernüchterung von mir, obwohl er mich zurück wollte, hat er mit zwei anderen Frauen was gehabt. Gott, was soll man dazu sagen, ne? Gut, ihr wart getrennt, meine Güte. Letztlich hat er es dann wieder beendet und zwei Tage später ein neues Mädchen. Dann erst mal Kontaktabbruch für vier Wochen. Ich litt sehr, obwohl ich versuchte, weiterzumachen. Ich ging weiter in Fitness, traf ich mit Freunden. Konnte dann bei der Sehnsucht nicht standhalten, habe ich trotzdem wieder gemeldet. Daraufhin kam es zu einem klären Gespräch. Ja, genau. Jetzt sind wir wieder auf dieser Spur, in dem wir in welchen beiden offen alles gesprochen haben. Letztlich macht ja eh jeder, was er machen will, aber meiner Ansicht nach haben wir ja so diese Inkreditenzien. Also das Einzige, was wir jetzt nicht haben, ist, hast du jetzt nicht geschrieben, dass ihr euch direkt manipuliert und anlügt, aber ansonsten haben wir, die Beziehung macht euch instabil. Ihr habt eine on-offartige Beziehung. Sie macht dich schon vielleicht so ein bisschen liebesüchtig, weiß nicht, musst du gucken. Ihm geht es schlechter in der Beziehung, dir geht es schlechter in der Beziehung, dir ging es besser nach der Beziehung. Zieh daraus vielleicht deine eigenen Schlüsse. Ja. So, es kam zu vielen Verletzungen zwischen uns, dennoch ist uns bewusst, wie alt und schwierig die Zeit war, in der wir unsere Beziehung hatten. Nun, zu meiner Frage, wenn beide dazu bereit sind, an sich zu arbeiten und an den eigenen Verhaltensmussern zu arbeiten, kann daraus aus einer toxischen Beziehung wieder eine normale Beziehung werden? Wir wissen, dass es ein großes Risiko ist, sich wieder darauf einzulassen. Ja, warum macht ihr es dann? Weiß ich nicht. Wie ist deine Ansicht darauf? Kann so groß, bei so großer Päckchen von beiden eine Beziehung normal werden? Also ich sage ganz klar, aus toxischen Beziehungen wird keine normale Beziehung. Da gibt es nur eins raus. Es kann man höchstens darüber diskutieren, ob die Beziehung toxisch war. Also meine Schwelle dafür ist ja relativ, die ist ja höher als bei anderen, sage ich mal. Also für mich ist toxische Beziehungen vor allen Dingen Liebessucht, nicht mehr schlafen können, nicht mehr essen können, nicht mehr arbeiten können. Wenn das, es geht auch immer schlechter, wenn du sagen würdest, das ist der Fall, dann würde ich sagen, lass die Finger davon, wenn du, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe und du sagst, ja, ich belasse es aber unbedingt, dann würde ich also zumindest, mindestens Paartherapie empfehlen und natürlich solltet ihr an euren Themen weiter arbeiten. Ähm, aber, boah, ich finde, also, warum, warum unbedingt, wenn man selber schon so instabil ist, warum denn jemand daten, der auch so instabil ist und die Gefahr, dass man dann doch sein altes Muster wieder lebt und seinen alten Liebeschiff, die ist einfach irre groß und warum muss es dann der sein? Und ich glaube nicht, dass man mit jemandem, der eine aktive Spielsucht hat, dass man mit dem eine sichere Beziehung führen kann. Das glaube ich einfach nicht. Und du bist, mal ganz ehrlich, du bist auch nicht sattelfest, ne? Und du solltest echt alles tun, dass du stabil bleibst, so, ne? Weil Ding ist ja auch nicht gut hier, ne? Und warum dieses Risiko wieder eingehen, finde ich, boah, aber mehr sage ich dazu nicht. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.